Ja, du bist selbstständig, du bist zwischen 40 und 50 und wenn du an deine Rente denkst, hast du ein flaues Gefühl im Magen und sagst, das reicht nicht oder du sagst, ich habe es noch gar nicht angepackt, das wird eh nichts. Wenn du in so einer Situation bist und du unsicher bist, ob das mit dem Geld und der Rente bei dir so reicht, dann schau dir dieses Video an. Ich zeige dir zwei, drei Tricks und zeige dir, was Warren Buffett macht. Ja, hallo, ich bin der Kai, schön, dass du auch bei diesem Video wieder dabei bist. Heute dreht sich alles um ein Thema, was mir persönlich wirklich wichtig ist, weil ich treffe immer wieder auf Menschen, die sind erfolgreich, die haben ihre Firma aufgebaut und die sind wirklich aktiv und die sind so zwischen 40 und 50. Und da gibt es zwei Arten, einmal die, die noch gar nichts für ihre Vorsorge, Altersvorsorge getan haben, für die ist das wie Zahnarztbehandlung ohne Betäubung mit einem Schlagbohrer von Bosch oder die, die schon ein bisschen was getan haben, aber sich unsicher sind, war es denn jetzt das Richtige oder war es das Falsche oder ja, die beiden Gruppen eint. Sie haben Angst, dass sie es nicht mehr packen und dass sie in der Altersarmut landen werden. Ich verspreche dir, das wird nicht so sein. Ich habe die Warren Buffett Methode studiert und ich sage dir, das ist super einfach, das kannst du auch und du hast einen riesengroßen Vorteil, du hast immer noch genügend Zeit. Ja und die Methode, die ich dir heute zeigen möchte, ist relativ einfach. Das erste ist, wir definieren deinen Status quo. Wo stehst du, was hast du, wo willst du hin? Dann das zweite, wir definieren eine Strategie und da werde ich dir die Warren Buffett Methode vorstellen und das dritte Thema ist relativ einfach für den Selbstständigen Disziplin und wie du auch die Disziplin durchhältst, das zeige ich dir auch. Ja und die gute Nachricht ist, es ist nie zu spät. Die Zeit ist dein Freund und wenn du heute 40, 45 bist, dann hast du bis zum Ruhestand noch 20, 25 Jahre. Die wenigsten Selbstständigen hören wirklich mit 60 auf zu arbeiten. Arbeiten kann man auch dann anders definieren und wenn du heute 50 bist, hast du immer noch genügend Zeit. In jedem 17-Jahres-Zyklus, den man sich vom DAX anschaut, hat der DAX noch nie ein Minus gemacht. Also auch wenn du 50 bist oder vielleicht 52, 53, die Zeit wird dein Freund sein und wird mit einer deiner besten Verbündeten werden. Ja und am besten ist sowas an einem Beispiel zu machen. Machen wir mal ein Beispiel. Da ist jemand heute 42, hat das Ziel 3.200 Euro als Einnahme zu haben im Rentenbereich, weil er das heute auch hat, da hat er so sein Leben drin eingerichtet oder sie, dann braucht er 524.517 Euro. Und das ist der erste Schritt. Definiere, wo du hin willst und zwar mit einem sogenannten Kapitalwert. Also rechne aus, wie viel Kapital benötige ich, um hier in dem Beispiel mit 4% Verzinsung umgerechnet, mit einem Kapitalverzehr bis 86. Wie komme ich auf 86? Nun, das ist die Lebenserwartung vom Statistischen Bundesamt und nicht aus irgendeiner Sterbetafel. Und also weiß der oder diejenige jetzt ganz genau, okay, um mein Ziel zu erreichen, 3.200 Euro Rente im Alter brauche ich 524.000 und 517 Euro. Also das ist das erste, was sehr klar ist, ein klares Ziel. Ja und jetzt ist ja natürlich die zweite Frage, okay, wenn ich jetzt die Zeit habe, wie viel Geld muss ich denn dafür sparen? Wie viel Geld muss ich zur Seite legen, ansparen, damit ich das Ziel auch erreiche? Und bei einer Verzinsung von angenommenen 7% muss der oder diejenige 858 Euro monatlich sparen. Jetzt fragst du dich vielleicht, Moment Kai, wo kommen denn die 7% her? Nun, wenn wir uns das genauer anschauen, der DAX hat in den letzten 30 Jahren im Durchschnitt 8,03% gemacht und der S&P 500 9,36% und wenn du dir den MSCI World anschaust, der war auch weit über 7% und wenn du das noch sicherer haben willst, dann rechne gerne mit 6%. Aber bei 7% weißt du jetzt erstmal, aha, okay, um die 3.200 Euro zu erreichen, muss ich 858 Euro monatlich sparen. Ja, aber ganz wichtig ist, wir haben jetzt noch ein bisschen Wegstrecke. Also heute 42 bis 67, also habe ich da noch 25-Jährigen Zeit und dann gibt es so ein Wort, das heißt Inflation, also Geldentwertung. Das Geld ist immer weniger wert. Für diejenigen, die nicht wissen, was Inflation ist, das bezeichnet die Geldentwertung. Das heißt, geh zurück in deine Kindheit gedanklich. Was hat da ein Brötchen oder ein Eis gekostet oder eine Bild-Zeitung, was kostet die heute? Ich mache dem Beispiel, in meiner Kindheit hat eine Kugel Eis 20 Pfennig gekostet, heute 1 Euro, also 2 Mark, wenn man mal so bummelig rechnet. Ja, und dann, wenn wir 2% Inflation annehmen, das ist so die Durchschnittsinflation der letzten 40 Jahre, im Moment ist die statistische Inflation ein bisschen weniger, aber auch da unterscheidet man zwischen dem tatsächlichen Warenkorb, also was lege ich wirklich im Einkaufsladen in meinen Wagen rein und ja, zum Beispiel, klar, Elektronik ist billiger geworden, aber ich kaufe mir nicht jede Woche einen neuen Fernseher etc. Also rechnen wir mal ganz safe mit 2%, dann werden aus den 3.200 Euro 5.250 Euro, also aus 3.200 Euro 5.200 Euro. Das Ziel verändert sich und das darf man nicht aus den Augen verlieren, also die Inflation muss man ganz klar mitbrechen, weil jetzt brauchen wir schon 1 Million Euro, um das Ziel zu erreichen und bei den gleichen 7% brauche ich jetzt 1.653 Euro, die ich monatlich zur Seite legen muss, um meinen Lebensstandard, den ich mir aufgebaut habe, das Ziel, was ich habe, auch wirklich erreichen zu können. Ja, wenn du jetzt das Video abschalten willst, bleib dran, jetzt kommen die positiven Nachrichten. Also man kann es erreichen, ich sage es dir direkt vorweg, ich nehme jetzt einfach mal schon vorweg, es geht, ich sage dir auch gleich wie. Aber das ist glaube ich das größte Problem von vielen Menschen, die lassen sich von diesen Zahlen sehr beeindrucken und haben dann einfach Angst, weil sie sagen, oh 1.600 Euro, wie soll ich das denn sparen, ich habe 3.500, 4.000 Euro im Monat, das kriege ich gar nicht hin. Aber lass uns nachdenken, wie das gehen könnte. Und beim Status Quo ist das nächste Thema, wenn du schon irgendein Produkt hast, wenn du irgendwas für deine Altersvorsorge gemacht hast, ein Bankensparplan, Aktiensparplan, ein Priester, Rürup, eine Renten- oder eine Lebensversicherung, egal was, kram jetzt die Schublade raus und schau dir das ein. Bringen die Produkte genau die Rendite, die du haben musst. Jetzt weißt du genau, okay, ich brauche 7% Rendite. Also schau in die Standmitteilung deiner bestehenden Produkte rein und schau, ob sie mehr gebracht haben. Und wichtig ist jetzt nicht die Hochrechnung aus dem Angebot, sondern die tatsächliche Netto-Rendite. Die musst du dir anschauen. Also die Rendite nach Abzug von Kosten, von Vertriebskosten, von Verwaltungskosten, Kosten, Kosten, Kosten. Was kommt da am Schluss wirklich netto raus? Mit welchen Kosten ist das Produkt, was du hast, wirklich belastet? Also schau dir deine bestehenden Produkte an. Das ist der nächste Schritt. Also zielfestgesetzt, Sparrate ausgerechnet, was muss ich haben und jetzt geh mal in den Produktcheck. Und beim Thema Produktcheck, ich habe mal ein Video über eine Indexpolize gemacht und das möchte ich hier nochmal aufgreifen. Indexpolize ist sehr modern und wird oft verkauft, am Index partizipieren und wenn man dann ins Kleingedruckte reinschaut, partizipiert man doch nicht so am Index, nur mit den Überschüssen zum Teil und so weiter. Und da war die Rendite von dem Indexprodukt 2,8 Prozent, die maximal erreicht werden konnte. Also weit weg von den sieben, die wir gerade gerechnet haben. Und wenn wir dann mit sieben in der Netto-Polize ohne Kosten gerechnet haben, hatten wir bei gleicher Sparrate, hier hatten wir mal 250 Euro laufen lassen gegeneinander über 37 Jahre, einen Unterschied von 334.000 Euro. Und das lag woran? A an dem Thema Kosten und B am Thema Anlagekonzept. Die Indexpolize wie viele andere Produkte, die können in sich gar nicht mehr Rendite erwirtschaften, weil es gibt einen Cup, das wird oben abgekappt. Wenn der Index mehr Performance macht, dann sagt die Gesellschaft, okay, wir streichen es oben ab. Das wird jedes Jahr neu festgelegt. Und es gibt Player am Markt, die sind mal mit 5 Prozent gestartet und der Cup ist mittlerweile bei 2,5 Prozent. Die 5 war schon weit weg. Und auch da wieder, warum wird sowas verkauft? Weil die Leute Angst haben, die haben Angst vor Verlusten. Aber wenn du regelmäßig sparst, Monat für Monat über eine längere Zeit, dann hast du zwei Vorteile. Erstens den Coast Average Effekt, habe ich auch schon erklärt. Und zum Zweiten die Laufzeit. Das heißt, egal welche Zyklen du dir anschaust, die Börse hat immer wieder positive Ergebnisse erzielt. Und zwar bei Laufzeiten, die länger als 5, 6 oder 10 Jahre waren. Und wenn du heute 55 bist, hast du mindestens noch 10 Jahre, wenn du mit 65 in Rente gehen willst. Wenn du 50 bist, hast du 15. Wenn du 40 bist, hast du 25. Also du siehst, die Zeit ist dein Freund und die wird dir helfen, sodass du auch in ertragreichere Anlageformen einsteigen kannst, ohne Angst zu haben, ich verliere. Ja, und über so einen Zeitraum von 27 Jahren oder 25 Jahren, da kann man eine marktübliche Rendite von 6 bis 7 Prozent netto schon erwarten. Und netto heißt immer nach Kosten. Also musst du dir ein Produkt aussuchen, was wirklich kostenneutral ist oder was sehr geringe Kosten hat. Ein ETF würde sich zum Beispiel anbieten, wie ich in verschiedenen Videos schon gezeigt habe. Weil wenn du jetzt mal anschaust, Bullen- und Bärenmärkte nennt man das an der Börse. Wann also war die Börse oben und wann unten? Und dann haben wir hier von 1903 bis 2016. Und es gab mehr Bullenmärkte als Bärenmärkte, also mehr positive als negative Märkte. Also du siehst, die Zeit ist dein Freund und eine breite Streuung in einem ETF mit geringen Kosten wird dir auch die gewünschte Rendite liefern. Ja und da für die Deutschen das Thema Sicherheit so wichtig ist, habe ich noch eine andere Grafik mitgebracht, weil ich möchte ganz einfach, dass du verstehst, dass Rendite für dich ein ganz wichtiges Thema ist. Und Vanguard hat verschiedene Töpfe gemacht, verschiedene Körbe, Baskets, wo einmal mehr Aktien drin waren und am Ende nur Anleihen drin waren. Und wenn du dir das anschaust, haben die einen ganz langen Zeitraum genommen. Von 1901 bis 2019 hat selbst der Topf, wo 100% nur Anleihen drin waren, im Durchschnitt 4% Rendite gemacht. Und wenn du dir anschaust, der Topf mit 100% Aktien hat im Durchschnitt 7,1 gemacht, da waren noch 10% Anleihen so beigemischt. Also du siehst, das Thema Sicherheit, das kannst du erzielen durch eine breite Streuung in einem ETF zum Beispiel, dazu brauchst du keinen Sicherheitshebel, wie bei der Indexpolize oder einer klassischen Renten- oder Lebensversicherung, wo oben deine Rendite gekappt wird. Und wenn jetzt deine Rendite gekappt wird, dann bedeutet das im Umkehrschluss, du musst mehr sparen. Also machen wir nochmal das Beispiel. Bei 5% Rendite, da musst du 1136 Euro sparen und bei 7% Rendite 858. Das heißt, 278 Euro mehr musst du sparen und man das gleiche Ergebnis erzielen. Und da reden wir nur von Kosten. Das Einzige, was du in der Kapitalanlage wirklich kontrollieren kannst, sind die Kosten. Ich sage es immer wieder. Und deswegen ist es wichtig, schau dir deine bestehenden Anlageformen an und wenn du was Neues machst, achte auf die Kosten. Also Status Quo feststellen, Strategie auswählen. Das heißt, am besten breit gestreuten ETF, breite Steuerung, gute Rendite, geringe Kosten. Und deine bestehenden Produkte nochmal hinterfragen, auf den Prüfstand stellen, zunut das Geld rausnehmen und reinvestieren, um dann dementsprechend mit der höheren Rendite den Zinses-Zinseffekt und so weiter zu nutzen. Ja, und dann sind wir beim Thema Disziplin und das ist die Warren Buffett-Methode. Warren Buffett hat, als er elf Jahre war, im Lebensmittelgeschäft seines Vaters gearbeitet und hat seinen Vater überzeugt, weil er viel Zeitungen gelesen hat und sich interessiert hat, Aktien zu kaufen. Und er hat sechs Aktien gekauft. Die Firma hieß Citizen Services, ein Öl- und Gasunternehmen. Und er hat diese sechs Aktien zu 38 Dollar gekauft. Und erst fiel der Kurs auf 27 Dollar und dann stieg der Kurs auf 40 Dollar pro Aktie. Und Warren hat gesagt, Mensch, 5,2 Prozent Rendite. Und ja, der hat die Rendite mitgenommen und die Aktien wieder verkauft. Und was dann geschah, bezeichnet Warren Buffett als den größten Fehler seines Lebens. Die Aktie von Citizen stieg auf 200 Dollar pro Aktie. Also hätte Warren nur ein halbes Jahr länger durchgehalten, hätte er einen Gewinn von 426 Prozent und nicht von 5,2 Prozent gemacht. In seinen Augen ist das der größte Misserfolg, den er je erzielt hat. Und das hat seine Art des Investierens. Er ist unter den, ich glaube im Moment, noch fünf reichsten Menschen der Welt. Er ist Multimilliardär. Er ist jetzt 90 geworden, also der weiß, wovon er spricht. Und das ist genau die Warren Buffett Methode. Er hält an den Werten, die er ausgesucht hat, fest. Und das ist ein ganz entscheidender Tipp. Warren Buffett wurde zum Milliardär, indem er langsame, stetige Zinses-Zinsgewinne mitgenommen hat. Das heißt, er hat Aktien von Unternehmen gesucht, die unter bewertet sind und so weiter. Alles gut und schön, aber der Rieseneffekt ist, zum Beispiel Coca-Cola hält er seit über 32 Jahren. Und Coca-Cola hat eine Dividendenrendite von nur 2,9 Prozent. Aber eine progressive Dividendenpolitik und diese 2,9 Prozent immer wieder, immer wieder fließen in seinen Topf. Und dann ist die Magie des Zinses-Zinseffekts. Einstein hat gesagt, das achte Weltwunder, die hilft ihm dabei. Und wenn du heute Anfang 40 bist, Mitte 40 und du hast noch 20, 25, 30 Jahre, je nachdem wann du in Rente gehen willst, dann ist der Zinses-Zinseffekt und die Laufzeit dein Freund. Und der Warren Buffett-Methode besagt, entscheide dich für eine Anlagestrategie und dann behalte die Disziplin und spring nicht heute dahin, morgen dahin. Dann steht in der Zeitung was von Gold, dann steht was von Bitcoin, dann steht was von dem Produkt. Nein, du entscheidest dich und bleibst diszipliniert bei einem. Weil dann hast du eine gute Durchschnittsrendite und wenn du dir ein ETF, ein Dividenden-ETF zum Beispiel noch aussuchst, dann spülen die Unternehmen jedes Jahr zusätzliches Geld in deinen Topf, was dann wieder den Zinses-Zinseffekt mit auslöst. Also Disziplin ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, wenn du jetzt sagst, alles gut, habe ich verstanden, Kai, aber der Beitrag ist einfach zu hoch. Das kann ich im Moment nicht stemmen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, und die rate ich dir immer, check die Förderung. Was hilft der Staat oder wie hilft der Staat, dir deine Altersvorsorge aufzubauen? Die meisten Menschen, die ich treffe, nutzen das nicht optimal zu 100 Prozent aus. Ich habe mal ein längeres Video gemacht zum Thema Basisrente. Und da haben wir gesehen, von 500 Euro Beitrag haben 200 Euro die Steuersparnis dazu gebracht. Also rechne individuell auch noch deine Steuersparnis aus. Das heißt, wie kannst du mit einer Basisrente oder wenn du Geschäftsführer bist, wie kann das Unternehmen Unternehmensgewinn in steuerfreie Altersvorsorge umwandeln? Dein Berater muss das kennen. Was kannst du betrieblich machen, um halt wirklich das ganze Thema zu nutzen? Und dann, wenn das immer noch nicht ausreicht, dann bau eine Dynamik ein. Du hast noch 20, 25 Jahre Zeit. Und nach diesen 20, 25 Jahren wirst du Stück für Stück mehr Geld verdienen. Das heißt, bei 10 Prozent Dynamik, 7 Prozent Rendite, sind wir bei 583 Euro Sparbetrag für die Millionen, die du brauchst. Und wenn du siehst, dass von den 500 Euro nach 200 Euro von der Steuer gezahlt werden, dann wird der Sparbetrag schon realistischer, greifbarer, näher. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich jedes Jahr die 10 Prozent Rendite mitmachen kann, dann hast du erstens immer dreimal Zeit, weil du kannst immer zweimal Nein sagen zur Dynamik. Ansonsten musst du sie wieder aktivieren. Und in so Themen wie der Basisrente kannst du zum Beispiel auch sagen, okay, das ist mein Beitrag, den will ich immer zahlen. Die Dynamik habe ich jetzt nicht geschafft, weil Corona als Beispiel haben wir alle nicht geplant. Aber im nächsten Jahr startest du so richtig doll durch und Ende 2021 kannst du eine Sonderzahlung machen. Du darfst in die Basisrente jedes Jahr völlig individuell eine Sonderzahlung machen. Und dann kannst du immer wieder Ende des Jahres entscheiden, Steuern sparen oder was für die Altersvorsorge tun. Also du siehst, auch das ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Die Disziplin muss dabei sein. Und dann nutze alle Förderungen, die es gibt, aus, um deinen Beitrag zu optimieren. Ja, und das Thema Disziplin ist für viele Menschen schwierig, weil Sparen ist ja Konsumverzicht. Das Geld, was ich spare, habe ich nicht für Konsum. Und da hilft dir einmal die 50-30-20-Regel, wo ich ein ausführliches Video zugemacht habe. Aber noch viel wichtiger ist, finde dein Warum. Warum willst du sparen? Wozu ist das Geld da? Und denke auf Papier, schreibe es dir auf. Male dir ein Bild aus, was ist, wenn du das Geld heute nicht sparst. Weil kein Mensch geht in seine Alterszeit, also in seine Rente und sagt dann auf einmal, ich habe keine Hobbys mehr, ich habe keine Interessen mehr, ich bin früher gerne ins Kino gegangen, mag ich jetzt nicht mehr. Ich habe gerne Golf gespielt, mag ich heute auch nicht mehr. Das passiert nicht. Also dein Warum muss sehr stark sein und dann hältst du die Disziplin auch durch. Und ein kleiner Tipp an der Stelle sind die Kalender von Klarheit. Das heißt, da gibt es ein Klarheit-Journal, wo du morgens und abends schreiben kannst. Und Klarheit hilft dir wirklich, Klarheit zu bekommen. Auch über dein Warum. Warum willst du sparen? Und dann merkst du, dass das Ergebnis von Klarheit ist dann irgendwann auch weniger Konsum, weil du Dinge ganz anders hinterfragst etc. Und du Dingen eine andere Wichtigkeit gibst. Und somit wird dir Sparen Spaß machen und die Disziplin wird dir leicht fallen zu sparen, wenn du ein klares Warum hast. Warum solltest du das so tun? Warum solltest du das so umsetzen? Ja, aber dann gibt es immer noch einen Killer, der den Erfolg verhindert. Und das ist der Satz, mache ich morgen, mache ich nächsten Monat. Ach, nach Corona. Aber ich habe dir hier mal ein Beispiel gerechnet. Wenn du in dem Beispiel einen Monat wartest, kostet der Monat dich 6000 Euro. Einen Monat warten. Und deswegen ist die Botschaft, beginne jetzt. Es ist nie zu spät und jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu starten. Stelle deinen Status Quo fest. Wo willst du hin? Was willst du erreichen? Stelle alle deine bestehenden Verträge auf den Prüfstand. Finde deine Kostenfallen in den Verträgen. Wähle eine Strategie aus, wo du ein gutes Gefühl hast, die dir die optimalen Steuerförderungen bei optimalen Kosten, die vielleicht nur die Firma sogar noch was macht. Und dann definiere dein ganz glasklares Warum, damit du die Disziplin hast, durchzuhalten. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir sind jetzt vor dem Jahreswechsel. Zwischen Weihnachten und Neujahr kommen die Leute zur Ruhe. Finde einen Tag in dieser Zeit für dich, wo du das für dich durcharbeitest und du dein Warum findest, deine Strategie findest und deinen Status Quo feststellen kannst. Denk dran, es lohnt sich. In dem Beispiel 6000 Euro. Stell dir vor, du nimmst dir einen Tag Zeit für dieses Thema und du hast dieses Thema dann für dich gelöst. Dann kannst du dir im Kopf sagen, okay, wunderbar, 6000 Euro hat der Tag mit mir gebracht. Toller Stundenlohn. Ja, das war vielleicht jetzt ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher. Also ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Und ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Das ist so der Applaus hier auf YouTube. Und ich sage es an jedem Ende jedes Videos, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, du merkst, Finanzen ist ein wirklich wichtiges Thema. Und die wenigsten haben A, einen neutralen Ansprechpartner, einen unabhängigen Ansprechpartner und B, die Zeit, sich immer um alles zu kümmern. Und wenn du den Kanal abonnierst, ich bringe zweimal die Woche ein neues Video raus, dann aktiviere die Glocke, dann bekommst du immer Bescheid und dann bekommst du die Informationen, die du als Selbstständiger brauchst, rund um das Thema Finanzen, Vorsorge etc. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis bald. Musik 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 Outro